Hallo meine Freunde, euer Coach, hier ist Cecil. Absolutes Notfallvideo, der gesamte Kryptomarkt ist in Gefahr in den USA. Und ich wollte das Video erst gar nicht machen, weil ich dachte, okay, lass sie erstmal mit ihren Gesetzen entscheiden. Und wenn dann die Entscheidung da ist, dann sage ich was. Aber es zieht sich alles so lange hin, dass ich gedacht habe, bevor jetzt alle Panik bekommen, wollte ich erstmal sagen, wie sehe ich das, was mache ich und was ist überhaupt los, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Und zwar, ich befinde mich hier wieder im Urlaub, aber wie gesagt, Notfallvideo, ich zeige euch vielleicht gleich einmal kurz vor der Tür, wo ich bin, also wo ich bin, kann ich jetzt schon sagen, ich bin auf Mykonos. Aber bevor wir jetzt starten, unbedingt einmal den Like-Button drücken und einmal Abonnieren drücken und unbedingt mal gucken, in welche Farbe sich der Like-Button verwandelt, beziehungsweise der Abonnier-Button, wenn ihr drauf drückt, und natürlich die Glocke aktivieren. So, dann geht es jetzt los. Also, das Weiße Haus ist wirklich so bemüht, dass der Kryptomarkt, und Krypto ist ein Baby, der gesamte Market Cap ist nicht mal so groß wie von Apple, also es ist relativ noch ein Baby. Aber es ist so krass, dass jetzt alle darüber sprechen, dass das Weiße Haus jetzt im Senat über ein neues Gesetz jetzt entscheidet, obwohl es eigentlich ein Baby ist. Also, die Gefahr ist so groß, und die USA ist dabei, sich jetzt so rauszuschießen, weil sie sagen, okay, wir wollen das Ganze jetzt regulieren. Wir wollen das Ganze jetzt regulieren, und es geht nicht um Bitcoin und um Ethereum, sondern es geht um, ja, Proof of Work, sagen sie, okay, Proof of Work ist okay, aber Proof of Stake. Das ist jetzt ganz, ganz schlimm, und da muss man ganz, ganz vorsichtig sein, was fällt da drunter, zum Beispiel die ganzen DeFi-Plattformen. Warum greifen sie jetzt auf einmal die ganzen DeFi-Plattformen an? Weil sie natürlich sehen, dass alle Banken in Gefahr sind, wenn man bei der Bank vielleicht 0,0001% Zinsen bekommt, oder Negativzinsen, und man bei DeFi in den verschiedenen Protokollen 10, 15, 20% Rendite bekommt auf Stablecoins, da sehen sie natürlich, okay, wir müssen da reinpreschen, wir müssen die Banken unterstützen, das geht ja so nicht, so was wollen wir nicht. Und deswegen, auch zum Beispiel von der SEC, Gensler, Gary Gensler sagt dann auch so, ja, jetzt habe ich hier zwar irgendwie 14, 15 Bitcoin-ETF-Anträge liegen, und Ethereum-Anträge auch schon, aber nee, sowas finden wir nicht so gut, aber so Futures verkaufen, so Papier-Verarschungsdinger, wo die Firmen nicht Bitcoin kaufen müssen, um es dann anzubieten, sondern wieder solche Papier-Luft-Ich-Verarsche-Alle-Wall-Street-Style, da sagt er, ja, sowas könnte ich mir eher vorstellen. Also die wollen einfach weitermachen, dass die Institutionen gar nicht wirklich Bitcoin kaufen müssen, eins zu eins, sondern wieder einfach so, hey, ich habe hier einen Zettel, da steht drauf, dass dir so und so viel Gold gehört. Ich habe davon 500.000 Zettel für einen Gramm Gold. Na, was denn? So, also sie wollen wieder mit der Verarsche so weitermachen, es ist so krass. Und jetzt entscheiden sie darüber, dass sie sagen, okay, Moment mal, Infrastruktur, Bill praktisch, da gibt es jetzt im Senat einige, die haben überhaupt, einfach überhaupt gar keine Ahnung von der Kryptowelt, und die wollen einfach jetzt irgendwas entscheiden, und auf der anderen Seite gibt es zum Glück noch Leute, auch im Senat, die dagegen sind, die sich auskennen, die sagen, ey, sowas kann nicht gehen. Wir schießen uns selber mit der Innovation aus. Das ist so, als wenn Amerika entschieden hätte, ey, wir stoppen einfach jetzt das Internet. Das wäre katastrophal gewesen. Und das Gleiche ist jetzt, indem sie sagen, hey, alle, die jetzt irgendwie Proof of Stake, also irgendwelche DeFi-Projekte oder irgendwas haben wollen, die brauchen eine Broker-Lizenz. Also du musst praktisch, wenn du irgendwo was kaufen willst, zum Beispiel Solana oder so, oder irgendeinen Coin, musst du eine Lizenz haben. Und damit schießen sie natürlich, damit preschen sie richtig rein. Und das ist eine richtig große Gefahr. Wie sehe ich das? Ist das jetzt wirklich so schlimm? Sprechen wir gleich drüber. Auf jeden Fall würde es die Innovation in den USA erstmal komplett ausbremsen. So, wenn die das jetzt entscheiden, morgen, übermorgen, in den nächsten Tagen, dann wird es auch nicht sofort sein, sondern erst in einem Jahr oder in zwei Jahren, ja, eintreffen. Und bis dahin hat man dann auch Zeit. Das heißt dann nicht, dass man es nie mehr machen kann, sondern das heißt dann, dass die Macht von dem einzelnen Menschen genommen wird. Und das ist ja genau das, was sie immer wollen. Sie wollen alles kontrollieren. Sie wollen nicht, dass der einzelne Mensch sein Cardano, sein Solana irgendwo staten kann und da irgendwie 10, 15% Rendite drauf bekommt. Das soll zerstört werden. Und deswegen sagen sie, oder beziehungsweise deswegen ist die einzige Möglichkeit dann, was kann man denn dann machen? Dann könnte man zu den Plattformen gehen, die dann ja eine, ja, Brokerlizenz haben. Und darüber könnte man das dann machen, weil dann können die, das Weiße Haus und die alle können das dann wieder regulieren. Dann regulieren sie Coinbase. Dann sagen sie, hey, wer sind denn deine ganzen Kunden? So, und dann ist die Macht wieder von dem Einzelnen weg. Das ist deren Ziel. Die wollen das Bankensystem Wall Street schützen mit solchen Sachen und sie wollen die Macht immer wieder wegnehmen von dir. Das ist das einzige Ziel. So, wie sehe ich das jetzt? Verfalle ich sofort in Panik? Nein. Warum? Bitcoin und Ethereum ist nicht betroffen. Und ich habe ja immer gesagt, in meinem Krypto-Portfolio ist der größte Teil eigentlich Bitcoin und Ethereum. Also Ethereum noch größer, dann Bitcoin, dann Cardano. Was ich sagen muss, es betrifft nur die USA. Das heißt, es wird sich alles auslagern. Man sieht das in China. China hat versucht, Bitcoin zu stoppen. Sie haben gemerkt, das geht nicht. USA weiß auch, man kann Bitcoin nicht stoppen. So, dann haben sie jetzt in China versucht, die ganzen Miner da, die gehen dann einfach woanders hin. So, wenn die, wenn die Regierung da reinpreschen und sagen, ja, ihr könnt das nicht mehr, ihr könnt das, dann gehen die Leute einfach woanders hin und die hören nicht auf. In Nigeria haben sie versucht, allen das zu verbieten, dass sie irgendwie Bitcoin kaufen und so. Dann haben, dann sind die ganzen Verkäufe durch die Decke gegangen, die Käufe. Weil die Leute lassen sich das nicht verbieten. Es ist ein offenes Protokoll, sie können es nicht verbieten. So, und in den USA jetzt genau das Gleiche. Es betrifft Bitcoin und Ethereum nicht, deswegen bin ich da schon mal entspannt. Bei Cardano, das ist meine drittgrößte Position, ist es auch so, es würde eventuell den amerikanischen Markt betreffen, dass die einzelnen Personen keine Macht mehr hat, aber die ganzen, ja, Portale können dann ja kontrolliert, da kannst du trotzdem weiter staken. Das heißt, der Einfluss ist bei Cardano ja zum Beispiel nicht so krass, weil 70% gestaked sind und die Cardano Community ist sowieso die krasseste überhaupt und sie haben ja Verträge mit Afrika und das Ganze geht ja weltweit. Die Adaption von Krypto ist schneller als beim Internet und gerade jetzt, wo wir Internet haben, geht es natürlich exponentiell noch schneller. Das heißt, selbst wenn USA mit ihren 340 Millionen Einwohnern da jetzt reinprescht, nur bei Proof of Stake, dann heißt es trotzdem nicht, dass sie das aufhalten. Sie können es nicht aufhalten. Und deswegen bin ich da mega entspannt und es kann aber danach natürlich, wenn das jetzt beschlossen wird oder in den nächsten Monaten, kann auch ein Dip kommen, aber aufhalten werden sie es nicht können. Und wenn man jetzt zum Beispiel die größten Positionen, wie ich das immer sage, in Bitcoin und Ethereum hat, betrifft einen das sowieso nicht so stark, ja, muss man halt gucken, wie viele von den Positionen wären betroffen und, ja, ich sehe das nicht als so dramatisch, ich sehe es einfach wieder als das, was es immer ist. Das ist der Endgegner. Der Endgegner ist, wann wird die Adaption, wann werden die Regierungen, wann wird sich das so eingespielt haben, dass man mit gutem Gewissen, ohne Angst investieren kann. So, um es ganz kurz zu machen. Im Grundsatz werden sie Bitcoin und Ethereum sowieso nicht aufhalten, weil nachdem JP Morgan, Rockefeller, Rothschild, die ganzen Banken, Paypal, Visa, Mastercard, alle drin sind, können sie nicht einfach sagen, so dürft ihr jetzt nicht mehr. Das ist ausgeschlossen, weil jeder weiß, Rothschild, Rockefeller, jeder, der nur ein bisschen in der Geschichte sich auskennt, weiß, dass das nicht aufgehalten werden kann. So, weil es ist andersrum. Es ist nicht, dass die Politiker die ganzen großen Geldgeber kontrollieren, sondern es ist genau andersrum. So, deswegen mache ich mir da wenig Sorgen, aber es ist auf jeden Fall was, was man jetzt beobachten muss und ich wollte erst ein Video machen, wenn alles fertig ist, aber habe ich gedacht, ich muss jetzt zwischendurch schnell, weil bevor man jetzt irgendwie panikartig sofort alles verkauft, würde ich nicht machen. Ich halte alles ganz genau so weiter und das ist natürlich gar keine Empfehlung, das ist nur das, was ich mache. Keine Empfehlung, aber auf jeden Fall, dass ihr einmal so auf dem Laufenden seid und guckt gerne die anderen Videos von Altcoin Daily, von Lark Davis, von Bitboy Krypto. Da seht ihr genau, welche Senatoren dafür sind, dagegen sind, dafür ist die Loomis zum Beispiel und so weiter. Alles nicht so relevant. Es ist so im Großen und Ganzen die Story, die ich jetzt gerade gesagt habe und ich bin da mega entspannt. So, ich bin da mega entspannt, weil ich weiß, man kann es nicht aufhalten. Auch die Regierungen werden es nicht aufhalten können. Sie wollen natürlich überall, dass alles reguliert ist, was ja auch gut ist, weil dann kann die Adaption stattfinden und sie wollen natürlich ihre Steuern haben und sie wollen alles kontrollieren. Sie wollen die Macht von der einzelnen Person wegnehmen. Ich glaube nicht, dass sie die Technologie zerstören wollen, aber sie wollen die Macht wegnehmen und deswegen machen sie solche Sachen auch. Früher war es genauso mit dem Aktienmarkt. Früher war der Aktienmarkt genauso vom Ruf her wie der Kryptomarkt, dass man gesagt hat, ey nee, das ist ja wie Spielcasino, oder investiert man ja nicht. So, aber dann wurde es reguliert, ja, alles für die Wall Street, dass die schön weiter ihr Geld machen, dass die Verarschung weiter vorangeht. JP Morgan sagt, als Bitcoin gefallen ist am 19. Mai auf 30.000, da sagen sie, nein, große Investitionen verkaufen jetzt alle Bitcoin, das ist das schlechteste Investment, was man sich überhaupt vorstellen kann, bei 30.000, genau unten. Jetzt ist es auf 45.000. so, wenn man auf die großen Institutionen, weil das ist ja deren Job, alles zu manipulieren, damit sie selber Geld machen, das ist deren Job und das müssen wir verstehen als einzelne Menschen und erst wenn wir das verstehen, dass wir nicht das machen, was sie sagen, sondern das, was sie machen, dann können wir auch Gewinne realisieren und JP Morgan sagt zum Beispiel, ey, ganz schlecht, ganz schlecht und dann auf einmal bieten sie natürlich nur ihren reichen Kunden das als Service an, das sie auch investieren können. Ja und das ist, das müssen wir wissen, wir müssen immer sehen, was steckt dahinter, was wollen die eigentlich, was sagen die großen Institutionen, wie manipulieren mich die Medien in allen Bereichen Gesundheit, deine Kinder müssen Zucker essen, von morgens besorgen, das ist voll gut. In jedem Bereich werden wir so verarscht und gucken unbedingt das letzte Video, Great Reset, dass wir das verstehen müssen. Wir müssen es verstehen, damit wir, ja, Vorteile daraus haben, okay, damit wir uns nicht fertig machen, damit wir nicht pleite, krank, vom Reset, Great Reset irgendwann abhängig gemacht werden, hey, hier, nimm mein Geld und gib alle Rechte ab, ansonsten bist du am Arsch. So, das wollen wir genau nicht und deswegen müssen wir uns informieren und, ja, ich halte euch auf dem Laufenden, like unbedingt das Video und genau aus dieser Versklavung rauszukommen, dass ich nicht mehr einen Chef habe, der mir sagt, hey, hör mal zu, mach jetzt das hier mit deiner Gesundheit und du hast gar nichts zu sagen, gib alle deine Rechte ab, ich kontrolliere dich von A bis Z und du hast, wir haben es mit diesem Verarschungssystem sogar geschafft, dass du nicht mal selber glaubst, ich mache ein Studium über 10 Jahre, dann arbeite ich 40 Stunden jede Woche in einem Beruf, den ich hasse, aber ich glaube nicht, dass ich mir Wissen aneignen kann, um O-Ringe wie Kunden von mir online zu verkaufen und 300 Euro am Tag verdienen kann, das sind 9000 Euro im Monat, nee, schaffe ich nicht, schaffe ich nicht. So haben sie es geschafft, dass wir das nicht glauben, wo Leute draußen Kunden von mir Kugelschreiber verkaufen und Millionen verdienen. Kabel, mein Freund, 33 Millionen Umsatz im Jahr, die haben es geschafft, durch diese ganze Manipulation und alles gehört dazu, dass wir selber nicht mal glauben, dass sowas möglich ist, obwohl es hunderttausende Menschen daraus machen. Genau das ist das Problem. Und deswegen guckt unbedingt das Video, was ich in die Kommentare schreibe, wie ich mich da rausgeholt habe, wie es funktioniert, wie man sich aus diesen Ketten befreit, alles da ausführlich erklärt. Jetzt nur ein kurzes Video und das war es erstmal für heute. Bis dann, euer Coach. Sessi. Achso, nee. Ich wollte euch ja noch ganz kurz zeigen. Folgt mir unbedingt auf Instagram, weil da wisst ihr ganz genau, wo ich jetzt bin und wie es hier ist. Hier auf dem Balkon ist immer schön windig und sehr schön auf Mykonos. Vielleicht blende ich auch mal ein paar Bilder zwischendurch ein. Da auch wieder. Meine Freunde, überall Lockdown. Überall, überall. Alles. Bloß nicht irgendwo hin reisen. Okay? Nein, man darf nirgendwo mehr raus. Da überall. Nein, das ist voll. Nee, nee. Überall Lockdown. Ich mache ja genau das Gegenteil von dem, was ich in den Medien höre. Und damit fahre ich verdammt gut. Okay? Bis dann, meine Freunde. Euer Coach. Sessi. Bis dann, meine Freunde. Und damit fahre ich indrerapiert. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020